Stefan Hattenkofer ist sichtlich beeindruckt. Heute besucht der Vorstand der Stadtsparkasse München das neue Rechenzentrum der SpaceNet AG in Kirchheim bei München. Ein Bau, der nicht nur IT-Sicherheit und Speicherlösungen für die Kunden aktuell bietet, sondern auch weit für die Zukunft gerüstet ist. Sebastian von Bomhardt ist Gründer und Vorstand der SpaceNet AG und langjähriger Kunde der Stadtsparkasse München. Die Zusammenarbeit wird von beiden Partnern gleichermaßen geschätzt. Das neue Rechenzentrum ist ein Hochsicherheitstrakt mit der größtmöglichen Norm. Hier in Kirchheim haben viele namhafte Kunden ihre Daten gespeichert. Firmen, die maximalen Schutz vor Ausfällen oder Angriffen von außen brauchen. SpaceNet ist ein gestandenes mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz am Josef-Dollinger-Bogen in Nordschwabing. Gegründet 1993. Heute betreuen 120 Mitarbeiter rund 1200 Kunden. Zwei Rechenzentren hat das Unternehmen bereits in München. Das neue in Kirchheim ist nunmehr das dritte. Zwei Rechenzentren hat das dritte. Zwei Rechenzentren hat das dritte.